Lass mich erklären, da wird man hier einen, 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 einen Magier, einen ATC und einen Tank im Team hat, ja? Und da würde ich jetzt gerne mit dir absprechen, was du pickst. Ja, lief oder soll. Genau, legst du dich bitte auf ein Fest und entscheide ich das für dich. Nein, du entscheidest das nicht für mich. Du bist nicht meine Mutter, Alter. Dann entscheid du das jetzt. Ja, hilf. Ich bin Yannick. Du hast 20 Sekunden Zeit, dich jetzt zu entscheiden. Weil du soll bist. Ja und? Mage, physisch, Tank. Oh. Ich bin doch nicht Tank. Du bist Mage. Aber kein Tank. Ja, aber Kumba ist Tank. Ich bin aber doch nicht am Kumba, ich bin soll. Mama, ist der dumm oder so, der Junge? Ja, du bist ja sehr. Ich hab mir nicht den Schönen auf. Klar, den Schönen auf. Scheiße. Pri-Intro ist da. Ach, Pri-Intro ist da. Es gibt nicht mal ein Intro. Guck, hätte ich jetzt nie viel spielt, dann hätte ich Duell machen können. Alles deine Spiel. Hättest du nicht gespielt, wäre ich ein Mage. Hättest du auch so gespielt? Mann, ein geiles Letzt hast du. Was ist denn? Warum steht das da? Weil, wenn du nur... Ja, das steht bei jedem jetzt da. Nö, aber ich steht's nicht. Ja, du kannst es ausstellen. Du kannst es ausstellen. Hä, aber ich hab doch schon einen Sieg gemacht mit der. Ja, aber in diesem Moos zählt nix. Das ist halt ein Adventure ist. Gleich Adventure, Alter. Adventure mit. Ja, Feuer. Hi Niklas. Ich warne dich. Okay, mit euch das ist ja. Tschüss. Ja, Leute, herzlich willkommen auf jeden Fall im Video und so, ne? Hola. Stinkst noch. Hola, senore. Minion, man. Was ist denn hier? Hey, wake up. Hey, du kannst ja auch so kommen, möchtest du die Mana abhofft oder möchtest du, dass ich die Damage brauche nehmen? Ja, Damage brauche ich doch nicht, ich brauche Mana. Wurdest du angestupst, Niklas? Ja. Wo? Wahrscheinlich auf dein TS. Nein, hier ist niemand, den du... Weil hier, wie sind die einzigen, die hier drin sind? Ja, aber IIN-ATG bezweifle ich sehr. Weil er sind nur sechs, weil ich überhaupt drauf können. Ich bezweifle aber auch, dass ich dich hier jemand angestupst haben kann. Weil hier niemand ist, außer vier drei. Hilfe! Alles klar. He, goddammit, Stun! He. Komplizierst du jetzt alles? Alter! Frennt die jetzt noch oder nicht? Ich erkenne das gar nicht. Oh, die haben ihn lief, Alter. Hörst bei uns gerade. Meinst du? Nee. Warum sagst du das dann? Du bist vor dem Leben weg drin. Oh, Niv, Alter. Direkt wieder fast tot, Digga. Der war also gerade mal einen Balken verloren. Ja, Mann. Der war fast schon dort. Oh, meine Pizza riecht jetzt schon so geil. Boah. Der will ich jetzt mal aus dem Ofen holen. Nee, eben nicht. Achso. Ich hab's mir doch gerade erst reingetan. Also, ein bisschen Zeit braucht das. Schatz, hierbei. Oh, jetzt brenne ich. Ich brenne leicht. Ich brenne leicht. Ich brenne leicht. Ich brenne leicht. Jetzt brenne ich. Alter, Alter, Alter. Das Video ist ein Zahles, Digga. Die Frau rastet aus. Wir rennen in diesen Scheiß-Tonkoll. Ja, der Minion war doch noch gerade da. Äh, Niklas, Riepott. Er cheated. Riepott, Niklas. Not even close. Not back. Not even close. Mit meiner P. Warum greißt du die Tower nicht an, Alter? Ich hab nur 7 HP gehabt. Nein, Dings hier. Der chillt nur da. Ja, ne. Wir sind ein Team. Coin. No, jetzt was was. Coin. Coin, flame. Alles, was du möchtest. Wir sind ein Team. Hi. Mache ich doch auch immer. Habe ich was falsch gemacht, oder was? Hallo? Nein, ich sag nur, alles ist erlaubt. Doch, beleidigt. Wer ist denn da gehofft? Äh. Er wurde gerade in die Subcontroller-Rotluft gespürzt. Gute Nacht. Ich will auch dieses Disco-Dings-Her-Boomster haben mit den Devils. Was? Gibt sicherlich immer wieder zu holen. Ja, aber ich will kein Geld ausgeben für das Spiel. Gibt es immer wieder zu holen? Ja, gut. Du kannst ja Jams fahren, wenn du viel spielst, durch Events und so. Ja, gut. Ich spiele halt teilweise nur mit dir, ne? Ach, wow. Mein Damage ist eben, eben, impossible, Alter. Wie hast du denn jetzt die Devils erwischt? Wollt. Mana liegt. Na, für stinkender Jams, dein Mana-Boomster. Ist er hier irgendwo weggegangen? Ich hab keine Ahnung. Drei! Please, drei! Help me, drei! Please, drei! Okay, Janik. Jetzt dürfte meine zwei insane Damage machen. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Ja. Wieder weg. Ich hab keine Lust mehr. Was noch? Was seid ihr denn so high level? Ich muss eigentlich nur eine, zwei feuern, install all live. Was soll ich aber mal random rein holten? Mach mal. Ihr Franks macht auch. Parfläuft. Okay, die haben keinen Lust mehr. Ich lebe noch. Alles klar. Warum konnte er sich jetzt zu mir... Hallo? Warum war er jetzt bei mir? Blink! Was ist das? Also Blinzchen. Jetzt zu dir geblitzt. Niklas tankt einfach. Niklas tankt ohne tankt zu sein. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wie Niklas das macht. Was ist das? Das macht doch gar kein Damage. Warum grünzt du so? Weil Aua lustig ist. We pot Niklas. Er hackt. Meine Elo halt. Ich hab dich gerecht. Hey, das weißt du aber sicherlich auch. Ich? Nein, aber Yannick. Es gibt in Wien Adventure Mitchmaking. Ja, ich verpiss mich mit einer 3. Ja, du kannst ruhig angreifen. Ich bin jetzt weg. Da bin ich wieder. Er hat keinen Bock mehr. Er geht einfach wieder. Aber Niklas hast du zu viel Damage aus diesem Scheiß nicht gemacht. Nee, leider nicht. Ich find das voll süß irgendwie. Wie alle dieses... Wie alle... Äh, das I bei Niklas betont. So dieses Niklas. Finde ich furchtbar. Ich find das richtig süß. Furchtbar. Süß. Nicht? Furchtbar süß. Da hast du was... Da hast du recht. Das ist furchtbar süß. War das deine Ul... Was? Dammit. Titan. Alter, der macht ganz schön Damage, Digga. Der hat auch eine fette Coil in der Hand, du. Ich hab auch eine fette Coil in der Hand. Ja, gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn. Zeige dir jetzt, sagt er, der Mann mit diesem Schwert kommt. Ja, ja, ja. Vorsicht, die Tür kommt. Zeige ihn, dein Damage. Uh, lol. Oh, oh. Oh, oh. Wo kam der her? Alter, was bist du für eine Legende. Alter, der Phoenix. Oh, er stirbt aber noch. Ja, your team destroyed, ja. Heil, ihr Plankton. Als ein Menis macht voll Sinn auf Hachiman. Hachi? Ja, nach der Finger mit Menis jetzt nicht. Und Schottchen? Das wird noch Negasymbol. Er hat sie jetzt keinen Bock mehr. Hier steht aber nur Ravka. Halt keinen Bock. Spielt nicht mehr mit, oder? Was? Was? Sie hat mit so wenig AP überlebt. Töte es, bevor es Eier legt. Eier, Eier, Eier. Sie hat aber schon Eier gelegt. Guck, die war nur in den Kokon. In der Niklas. Soll ich? Ja. Nein, das ist ja lang bald ist. Dann killdive. Livekill. Killdive. Üb. Die Hände zum Pimmel und lass die lustig sein. Und gleich machen die Mega-Comeback. Aber nicht durchgehend jetzt töten, aber sonst ist das Game automatisch geworden. Ernsthaft? Ja, wir haben Fire Minions. Die Minions machen uns zu Ende. Hehehehe. Okay, ich halte aber dafür nichts aus. Alles klar, Niklas. Alles klar, Niklas. Ja, okay. Er hat extra geholtet. Ich fühl's nicht, dass ich verschwinde. Hui. Hehehe, die dachte schon, hast du's gesehen? Die dachte schon. Ey, James, sammle mal die roten Maffeln. Nöt sich ein Seenräuber auf Kungakana. Das neue nicht mehr. Finde ich komplett kacke, das alte. Loll, ich bin mal kurz meine Pizza schauen. Witzig. Niklas wird das nicht so langsam asozial. Du hast ja den Goldbaumeln zurück auf meinen Szenen. Oh, ich bin wieder da. Grüß Gott. Gott grüß. Bin dafür, dass wir jetzt echt langsam beenden. Wieso? Ja. Spaß vorbei. Digga, was habe ich für einen komischen Wind um mir? Da, ach ja, das, äh, has to drink, was du gebaut hast. Oder auf Deutsch, keine Ahnung wie. Digga, guck mal, wie schnell ich bin. Alter! Alter, Niklas! Ja. Ja, ja. Alter! Alter! Ey, Tür, 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 Tür. Wo? Greif die Tür an! Toll. Okay, guck mal, liegt an dir. Liegt an euch. Ich bin tot. Toll. Es liegt an euch. Komm her, komm her, komm her, komm her. Oh. Das aim, Digga. Du kannst immer noch gewinnen. Du wirst es gewinnen. Hallo, Waxbar, oder was passiert jetzt? Ist der dumm? Was ist denn los? Leute, der war so schlecht. Hätt ich das nicht überleben dürfen. Der kommt ja gerade wieder. Hä? Ja, er fällt mit seinen kleinen Beinen, rennen jetzt hinterher. Scheiße. Report, Feeding. Ich stehe hier mit 1 an die Klappe. Naja, aber du hast jetzt, hast du dich ja mit Gold gefüttert, daher ist das schon ein Feeding. Geht du dich, ich bin tot. Ey guck, nix macht das einfach zuhören. Danke, James. Der hat mich am Glück gekillt. Ich konnte, ich konnte nix machen. Die 3 war die ganze Zeit halt noch. Lol. Der Wunsch hatte den einfach. Nein, die haben aufgehoben. wirklich ja da kannst du auch ein bisschen glänzen bei aufhänden das nicht so gut war ja was ich denn die waffe sagen wir zuschauen übrigens nein doch für mich schon also meine zuschauer wir sehen uns in der nächsten folge tschau finde ich schon alter du darfst nicht mehr zuschauen